Heute versuchen wir einen Hillclimb Brace, zuerst mit einem Auto und dann mit unserem Motorrad, was wir gekauft haben, um geisteskranken Rekord zu brechen. Ich habe das Ganze bei iCrimax gesehen und fand das so cool, dass ich jetzt auch Hillclimb Brace mal zocke. Let's go, bleib bis zu meine dran, das war so spannend. Oh, wir kriegen hier eine Kiste jetzt erstmal, Leute. So, zack, und, oh, Traktor, 40% größer. Allrad-Upgrade, 30% Haltreifen, normal Allrad-Update, bisschen weniger Kraftstoff. Okay, gut, dann zeige ich euch mal kurz mein krasses Auto, Leute. Und zwar ist das hier unser Auto, jetzt passt mal hier auf, wir haben nämlich schon ein paar neue Sachen. Wir können hier erstmal was ausrüsten, und zwar einen V8TT, ja, den tunen wir jetzt erstmal, wir können das Ganze jetzt aber nicht aufrüsten, leider. Wir haben nämlich hier einen Diesel 6 gerade drin, so, zack, 40% Drehmoment mehr. Oder ein Vierzylinder, ach komm, ich würde sagen, wir machen, ja, der Diesel ist besser. Hier, zack, einmal ausrüsten. So, kommen wir jetzt zu den Reifen. Ich habe letztens nämlich so neue Reifen gehabt, Leute. Und zwar die Formel aufrüsten. So, ich zeige es euch jetzt mal. Hier, das sind die da, Leute. Die haben wir nämlich. Und für vorne natürlich auch noch. So, zack, jetzt haben wir die beide vorne. Die Traktor haben wir gerade eben gezogen, aber ich würde sagen, wir fahren lieber die. So, okay, und jetzt schauen wir mal, wie weit wir jetzt erstmal kommen. Wir gehen mal rein in die Runde und gucken jetzt. Okay, Leute, es geht hier los. Das erste Mal hier Hillclimb Racing. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, unser Fahrzeug... Wow, unser Fahrzeug ist ja richtig schnell. Ich hoffe, dass wir schnell ans Ziel kommen. Aber ich glaube schon, wir haben schon ein paar gute Sachen, würde ich sagen. Glaube ich. So, nice. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Okay. Ja. Okay. Oh, hier ein bisschen langsamer. Weil unser Auto ist halt schon übel schön unterwegs. So, zack. Oh, hier habe ich richtig Schiss, Leute. Ich hoffe, dass wir gleich die erste Stufe geschafft haben. Nice. Ja, ja. Ey, der sieht richtig gut aus. Oh, neuer Rekord. Nice. So, zack. Ich muss so aufpassen, Leute, weil unser Fahrzeug schon ziemlich krass ist eigentlich. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, Level 2 haben wir geschafft. Level Bonus plus 8000 Münzen haben wir schon mal bekommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Nein. Wir haben einen Fall gebaut. Okay, Leute. Jetzt sind wir richtig gut dabei. Hier sind wir vorhin gestorben. Hier mache ich jetzt erstmal langsam. Oh, kommen wir hier hoch? Okay, okay, okay. Das muss ich ein bisschen anders machen. Warte. Ah, ich muss ein bisschen zurück. Oh, das ist... Schon eine schwierige Hürde und wir haben es. Okay, wir sind weiter. Nice one. Ich hoffe, dass wir gleich das nächste Level haben. Oh nein, noch 40 Meter reicht unser Benzin. Leute, ich hoffe, dass wir es schaffen. Komm schon. Nice. Wir haben Benzin bekommen. Okay, jetzt sieht es gut aus. Nice. Sehr gut. Hier einmal drüber springen. Boah, das habe ich gut gemacht, glaube ich. Oh nein, unser Auto... Wartet, Leute. Wartet, wartet. Ich habe nicht mehr viel Benzin. Ich muss riskieren. Okay, hier müssen wir... Nein, 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 nein. Nur noch 8 Meter Benzin. Nee, ich brauche das Benzin und wir sind fast drüber. Okay, okay. Ich weiß jetzt, was wir machen. Wir holen uns jetzt ein neues Auto. Rekord 548 Meter haben wir hier geknackt. Hier 548 Meter. Und wir holen uns jetzt ein noch krasseres Fahrzeug. So, Fahrzeuge. Und zwar haben wir hier ein Motorrad, Leute. Plus, wir haben noch ein Geschenk. Gebt euch mal hier ein Geschenk und... Oh, nice. Ist doch gut. Oh, geile Reifen. Wir gucken mal, ob die viel besser sind als gerade eben. Ja, die sind halt jetzt nur fürs Auto, ne? Die bringen uns jetzt nichts für ein Motorrad. Deswegen starten wir mal rein. Wir haben ein richtig geiles Motorrad. Alter. Okay. Oh, das hört sich auf jeden Fall auch anders an. Bin mal gespannt, ob wir mit dem Motorrad ein bisschen besser durchkommen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen... Uh, okay. Boah. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Motorrad weiterkommen. Wir testen es jetzt mal. Ich glaube, das Motorrad lässt sich irgendwie besser lenken, habe ich das Gefühl. Nice. Komm, komm, komm. Alle, wir haben schon 40.000 Münzen. Das ist heftig. So. Schreibt mal gerne rein, was euer Rekord ist bei Hitclimbrace oder wo ihr schon seid, Leute. Das interessiert mich mal. Nice. Ey, ich komme mit dem Motorrad viel, viel besser. Klar, bin ich ehrlich. Mhm. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mehr Power als das andere Fahrzeug, als das Auto. Uh. Okay. So, Benzin ist wichtig. Wir hatten nur noch sechs Meter gehabt. Oh. Oh. Okay. Das sieht gut aus. Oh. Nein, nein, nein. Okay. Hier brauch ich Schwung. Komm, 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 komm. Komm. Oh. Komm, 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 komm. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir sind weiter als vorhin. Okay. Oh. Das ist echt nicht einfach wegen der Steuerung. Nice. Level drei haben wir geschafft. Motorrad ist viel besser als das andere Auto. Oh nein, das. Oh. Hier habe ich mich irgendwie gerettet noch. Komm, komm, komm. Komm. Ja. Nice. Jetzt sieht es gut aus. Hier müssen wir wieder aufpassen. Hier brauche ich den Schwung. Oh Gott, Leute. Nein, meine Dinger ist kaputt. Okay, jetzt haben wir es. Nice. Nein, mein Typ hat sich an. Okay. Kann er noch weiterfahren, mein Typ? Ah, geht. Guck mal, mein Typ kann noch weiterfahren. Nice. Der hängt zwar ein bisschen rum, Leute. Aber er kann weiterfahren. Ja. Komm, 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 komm. Nein, wir hängen hier fest. Ich muss jetzt riskieren. Ich muss jetzt riskieren. Nice. Oh, der sitzt wieder. Der hat es gut gemacht. Der Typ hat es gut gemacht. Und Benzin. Level vier. Alle. Level vier. Hier kommt mir aber nicht mehr gut vor. Ich muss sonst... Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen. Ja. Nein, okay. Hier muss ich auch wieder... Warte, Leute. Was soll ich denn das schaffen? Okay, wir geben mir mal Vollgas. Jawoll. Ich brauche Benzin. Ich brauche Benzin. Komm. Nein, nein. Nur noch acht Meter. Okay, hier brauche ich den Schwung. Letzte Sekunde. Letzte Sekunde haben wir es geschafft. Okay, hier Vollgas. Komm, 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 komm. Push dich nochmal. Push dich nochmal. Nein, Leute. Wir haben echt ein Problem. Wir haben ein bisschen mit dem... Motorrad. Nein, wir bleiben da stecken, Bro. Oh, nein, Leute. Das gibt es nicht. Was mache ich jetzt? Okay, warte mal. Wir müssen hier und dann... Lol. Oh nein, wir haben wenig Benzin. Komm. Nein. Fast 1000 Meter. Wir haben 81.000 Münzen. Wir haben gerade 1000 Meter geschafft. Das war Geisteskram. Okay, jetzt passt mal auf. Wir tunen das Ganze. So. Also, jetzt passt mal auf. Wir müssen auf jeden Fall das Ganze so ein bisschen auftunen. Wir kriegen sogar doppelte Münzen gleich, wenn wir ein Video anschauen. Ich gucke mir gleich das Video an. So. Also. Das einmal auftunen. Das da. Federung, würde ich sagen. Vorne ist so ein bisschen noch. Motor. Oh, kostet. Komm, machen wir mal. Okay, wir gucken mal jetzt, wie weit wir kommen, Leute. So. Rekord ist 1000 Meter. Oh, Baby. Und wir kriegen doppelte Münzen. Okay, ich glaube, jetzt geht es richtig ab hier. Nitro haben wir noch kein Fahrzeug. Das werden wir auch nochmal machen. Irgendwann mal. So. Nice. Sieht auch schon mal gut aus hier. Guck mal, wie wir abgehen jetzt. Okay. Sehr gut. Wir knallen einfach schnell weiter. Junge, gebt euch mal wieder. Wie krass ist denn bitte unser Reifen vorne? Also, wie lang ist das? Die Stange bis zum Reifen. Ja, ist halt gut, ne? So kommen wir leichter hoch. So, 400 Meter. So, zack. Ja, komm. Wo ist deine Leistung? Wo ist deine Leistung? Nice. Und Geronimo. Tiger. Wir müssen den Rekord sowas von safe brechen. Ja, nice. Komm, 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 komm. Oh, da unten ins Benzin. Das brauche ich. Okay, gut. Komm schon. Zack. Zack. Hä? Was ist denn das für ein Virus hier? Jemand hat Zugriff auf deine Kamera. Ey, was soll das, Junge? Komm, hier ein Hack oder was? So, warte. Nein, 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 nein. Wir haben wenig Benzin. Aber warte, wir sind gleich da. Was? Unser Tank ist leer? Ich glaube es nicht, Leute. Unser Tank ist leer. Aber wir haben wieder richtig viele Münzen gemacht. Das können wir hier abholen. So, zack, immerhin. Oha, wie viele Münzen haben wir denn gerade bekommen? Okay, das ist wild. Wir tunen das Ganze nochmal so ein bisschen. In der nächsten Episode werden wir richtig krass abgehen, glaube ich. Ich würde sagen, das war es von der ersten Episode von Hillclimb Race. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir werden auf jeden Fall weitermachen und gucken, wie weit wir hier insgesamt kommen. Und werden uns noch krassere Fahrzeuge holen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst den Like da. Bis dann und ciao, ciao.